so und ist fertig ist fertig sehr schön acht minuten also wenn das nix ist dann weiß ich auch nicht weiter so dann gibt man her den ganzen schmarrn die tun wir wieder rein tun wir schon mal eine netterwarze reinhauen und je nach rezept was wir brauchen tun wir halt das rezept wieder rein und ich sage mal da müssten eigentlich jetzt kommt da tun wir die tränke hier ja und ich glaube mal einer müsste reichen schwert haben wir auch das haben wir ok das müsste eigentlich alles so gehen wie ich mir das vorstelle entbogen haben wir auch dass wir uns gegen die was hier passiert ja hier müssen wir auch mal noch gucken was wir hier irgendwie rein bauen falls ihr irgendwas habt melden so zack gehen wir uns enter portal wollte ich jetzt ins netter portal ach ja wir haben ja hier gleich zwei an der zahl und was sind wir denn ach ja hier sind wir gleich zur festung gekommen was war das dass du ein scheiß ghost sobald ich ins obort wie wo wie wird wer schießt der da die saudi ganz ruhig stücker ne wartet mal da muss ich mir schon mal gegen vor gehen oh shit ich höre lohn ach da oh shit wo kommt die her fuck wo ist man nach unten okay komm hau rein mit dem zeug da sind's achso der war unter mir scheiß auf den scheiß feuer das macht mir so oder so jetzt nix an ja komm wieder runter du misstau ah oh das war knapp so hier machen wir eine laune gibt mir lohnstäbchen wo ist denn der scheiß ghost eigentlich hin ist mal das wäre nett der ghost hat auf jeden fall gerade wieder auf mich geschaut da ok ja jetzt sehe ich nix mehr ich will aber hier auch nicht irgendwie kommen wir tauben er hat mir das viel um ey komm mal wieder runter scheiß feuer man sieht ja schon gar nix mehr feuer weg machen feuer 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 ich könnte man es auch ein bisschen das brennt auch nein ey das ist doch scheiße mir fällt dir alles runter scheiß dreckslohn hier bleibst mal bei mir hier die fliegen alle hier runter das ist Mist das ist einfach kacke hier hat mich jetzt schon wieder angeschossen hier für eine sau ach so ach das stimmt ja die lohne oh ok endlich mal eine lohne wenn ich diesmal wieder wissen will ah die hat sogar Lohnstäbchen fallen lassen das ist geil wie lange wirkt der Mist eigentlich noch 5 Minuten 15 waren es jetzt gerade ok ok ich habe schon wieder eine Nachricht von jemandem gekriegt ah ja schön oh ein Lohnstäbchen haben wir auch gekriegt ok das ist bestimmt ein abonnent werde ich mal so behaupten schieße wird ich hasse es ich bin natürlich aufpassen weil unsterblich bin ich ja so bin ich ja nicht unsterblich scheiß Ghost oh es fängt schon an zu lecken zuviel feuer natulone ich brenne naja fuck ich komm nicht ran aua 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 oh jetzt hier sind auch viele äther das ist geil das ist richtig geil gib mir Lohnstäbchen gib mir Lohnstäbchen ja ja oh komm ja komm gibts mir alter ihr könnt doch nix Leute oh geil so was sagt ein 18 und ja haben wir auch schon mal da gut gemacht ich müsste mal was essen dass ich mich noch regeneriere zuerst mal mit der Melonscheibe ausgehauen und Level 9 sind wir schon wieder das ist auch krass mhm ah saa du willst dich wieder reinschleichen ne hey 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 oh hauen sie wieder ab hier die Lappen und müsst ihr diesen spawner irgendwie craften können und dann dort den bauen wo man will so dass ihr nun nicht hier die geister und dass man richtig schöne kampffläche hat ja Arschloch 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 die ist auch da und jetzt kommt der neue ich muss die jetzt erstmal umhauen und dann mal gucken ja wie viel ich noch Zeit hab 2 Minuten ok ich seh schon gar nix mehr hier das ist doch scheiße komm ich geh erstmal ein Stückchen weg ah hier liegen XP komm mal her da hinten liegen auch noch XP hab grad gesehen so ok 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 wenigstens haben wir XP eigentlich geheimst wir müssten gleich wieder neue spawnen wenn mich nicht alles täuscht so da ah fuck ich muss wieder hin sagen die Musik ist wieder geil ok also die ist jetzt noch nicht allzu alt die Musik hier nieder und ich finde die nice so jetzt muss ich noch mal gucken 48 komm ich will noch umhauen wenigstens haben wir XP gekriegt aber ok komm wir machen uns vom Acker ok hat doch alles ganz gut geklappt wir haben Stäbchen wir haben Kloster und Staub haben wir auch gekriegt war zwar jetzt nicht so eine lange Expedition ok wir haben jetzt auch keine Slimies irgendwie gefunden aber warte mal die das lässt sich vielleicht regeln ganz ruhig du irgendein Schweinebärmann Bärschwein irgendwas oder Mannbärschwein würde ich einfach mal so behaupten ich höre doch das Vieh hier irgendwo rum klatschen wenn natürlich wieder alles brennt ist auch scheiße die scheiß Geister wieder alles zu erschossen haben ah hier ey ihr solltet mir solche Dinger fallen lassen das wisst ihr schon ey oh shit renn doch abgehauen ok abgehauen ok sind natürlich alles hier abgefahren und kranke kacke hier müssen wir auf jeden Fall mal äh ähm 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 Farmen gehen den Soulcent hier so komm wir gehen aber jetzt erstmal zurück scheiß drauf die Flasche packen wir wieder in die Kiste rein und hat er alles auch hier so lang so Level 11 Hammer und wisst ihr was ich jetzt mache gleich mal auf dem Bogen den ich jetzt hab immer so lang werde ich jetzt einfach mal die Level 11 draufhauen Flasche rein Flasche rein ich tue mal hier auch mal davon rein weil damit kann man eben auch was machen einfach mal 10 mal und naja komm und naja komm hätte gern eine 11 nice so was haben wir Stärke das ist gut das finde ich sogar richtig geil und da hat sich doch die 11 Level jetzt gelohnt die wir dann noch gekriegt haben auf jeden Fall müssen wir schon wieder essen wenn wir unten ankommen so wir brauchen jetzt Stab machen wir den hier hier machen wir es schon mal nicht das müsste das sein Lohnstaub das müsste das sein so da werden wir jetzt hier auf jeden Fall noch irgendwo in die Kiste mal setzen nehmen wir einfach jetzt mal die kann man das erkennen ja sieht cool aus tun wir die Lohnstäbchen rein einfach mal so 2 rein so haben wir ein paar Lohnstäbchen hier lassen wir das erstmal so so und jetzt nehmen wir uns hier sind sie drin 16 17 18 19 20 20 Enderperlen und wo machen wir den Scheiß jetzt wieder einen goldenen Apple ok was denn das kommentiertes Spinnen auch ok was ist das was will ich mal wissen schreibt es mir mal in die Kommentare weil keine Ahnung was das jetzt ist ob das irgendwas zu essen oder was ist keine Ahnung schreibt es mir mal in die Kommentare was ist ein fermentiertes Spinnenauge so wo sind jetzt die Geschichten wie wie w t be wie ich w we was in to wo hier So, jetzt machen wir uns Enter Augen. Gleich mal 20 Stück. So, ich glaube mal 20 Stück müssen reichen. Okay, jetzt wird es schon wieder finster. Deswegen kommen die drei Mal Staub, die tun wir jetzt einfach mal so, so und so. Lassen wir es so. So, wir gehen aber nochmal schlafen. Und dann, fangen wir an, ähm, untersuchen. Fuck. Shit. Das ist jetzt kack gelaufen. Äh, ich muss mal schnell wechseln. Jetzt ist mir ein Ender-Auge irgendwie abhandengekommen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie auf dem Dach liegt. Dann nehme ich arg scheiße. Ich hoffe, das liegt draußen, aber wir müssen, oh, wir müssen bestimmt, ey. Das ist echt krass, ey. So, wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hin müssen, ja. Wo ist das Ender-Auge? Da unten. Fuck, da müssen wir uns irgendwie, scheiße. Da müssen wir irgendwie hoch, möglichst schnell irgendwie hochbauen, weil das ist schon arg wertvoll, würde ich mal so behaupten. Und, komm, wir nehmen jetzt einfach hier mal schnell 64 davon. Upsa, upsa, upsa. Bauen wir uns jetzt hier mal schnell hoch. Der Legend ist online. Das ist online.